Eminem wird Opa, seine Fans sind völlig aus dem Häuschen Vor wenigen Stunden machte Eminem, 51, mit seinem neuen Musikvideo zu dem Song Temporary Public, das seine Tochter Hayley Jade, 28, ein Baby erwartet. Einen Ausschnitt des Videos teilt der Opa in Spee inzwischen auch auf seinem Instagram-Kanal. Bei den Fans des Rappers stößt die tolle Neuigkeit auf große Begeisterung, was sie in der Kommentarspalte zum Ausdruck bringen. Herzlichen Glückwunsch, dass du Großvater wirst. Du wirst der beste Opa aller Zeiten oder wenn Eminem weint, muss ich auch weinen. Herzlichen Glückwunsch zum Baby, Hayley, sind nur zwei der beinahe 11.500 Kommentare unter dem Post. Eine Szene in dem Musikvideo zeigt, wie Hayley dem Mockingbird-Interpreten ein Trikot der Detroit Lions überreicht, auf dessen Rückseite das englische Wort für Großvater geschrieben steht. Zusätzlich gibt Hayley ihrem Vater ein Blick. Einige von Eminems Fans scheinen sogar das eine oder andere Trennchen in den Augen des 51-Jährigen erkannt zu haben. Der härteste Rapper der Welt weint und in diesem Moment weine auch ich, schreibt ein gerührter Nutzer unter dem Musikvideo auf YouTube. Für Hayley Jade und ihren Ehemann Evan McClintock ist es das erste Baby. Die beiden kennen sich bereits seit ihrem Studium an der Michigan State University und gehen seit dem Jahr 2016 als Paar durchs Leben. Anfang 2023 verkündete Hayley ihre Verlobung mit Evan auf ihrem Instagram-Kanal. Im vergangenen Mai besiegelten die beiden ihr Liebesglück und gaben sich bei einer romantischen Zeremonie das Ja-Wort. Im vergangenen Mai besiegelten die beiden